Hallo, wir sind jetzt gerade live auf der IDS-Messe, auf der Vision und auf dem Stand der IDS in Stuttgart. Und wir zeigen hier unsere Kooperation zwischen Flynex und Denkweit. Der Dominik wird euch jetzt mal ganz kurz sagen, was wir ja eigentlich gerade sehen. Hallo, mein Name ist Dominik Lauts von Denkweit. Was man hier sieht, ist ein Netz, was im Hintergrund arbeitet, greift die Gesichter und auch Kennzeichen für Pixelt. Das ist jetzt vielleicht nicht Rocket Science, aber es hilft dem Kunden, dass er immer kontinuierlich DSGVO-konforme Aufnahmen macht. Und unsere Aufgabe in der Kooperation mit Denkweit mit Flynex ist, dass wir die Bilder auswerten und dem Kunden dann Ergebnisse zu befinden stellen, und die Bilder auswerten und dem Kunden dann sehen wir uns die Bilder auswerten.